Gute, schön dass ihr dabei seid. Am Anfang der Saison, bevor es noch so richtig losgegangen ist, habe ich mal ein paar Leuten aus dem SOB Discord Channel meine Hometrails gezeigt bzw. unsere. Wir haben da einen schönen Vormittag verbracht, nur leider war am Ende hin zum Mittag die Strecke so sehr glatt und schmierig gewesen, dass wir leider vorher abbrechen mussten. Am Anfang seht ihr noch den Giuseppe, der ist mit dem roten Bike mitgefahren und zwar noch mit dem vom Alex. Sein eigenes Bike war leider in der Reparatur gewesen in der Werkstatt und dem Alex sein Bike kam gerade aus der Werkstatt. Irgendwie haben die leider vergessen die Bremsflüssigkeit nachzufüllen vor der Bremse, so dass der Giuseppe leider nach der ersten Abfahrt auch ausgeschieden ist bei uns. Wir können aber nicht abholen, oder? Knapp! 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 Knapp�! Knapp! 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 verdammt falsch abgebogen geradeaus есть или нет Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bolsch, langsam, da kommt was Tiefes da vorne. Musst du sagen, musst du Gas geben. Ich habe gesagt, da kommt was Tiefes da vorne. Musst du sagen, musst du Gas geben. Noch mal Andauf. Musst du aber schnell runterfahren, dass die Rennen dort nicht funktionieren wird? Nee, ab der Hälfte kannst du rollen lassen, kommst du hoch. Das ist... Ufff... Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ah hat es geschafft zu bremsen ok habe ich nie probiert das ist so ein bisschen so das sieht irgendwie kacke aus ja definitiv einfach rollen lassen du kommst ganz automatisch schön in flow aber wenn du da oben einfach nur rollen lassen kommst du so bequem easy durch ja ja Das letzte Stück ist furchtbar, das ist noch nicht so oft gefahren sieht man das noch viel mehr das letzte Stück habe ich gesprungen bin was hast du mit der Schuh fährst du immer nur? Fängt er an? Ja wo? Ich muss das Lachen anfangen, ich hab nichts mehr gesehen also ich fern durch die Säule Hör mal, ich hab gelacht, ich hab drei in den Augen und ich hab nichts mehr gesehen Ja cool Naja und was wäre ein Video von uns ohne zum Abschluss nochmal so einen kleinen Hinfaller hinzumögen quasi nicht so süß Wohh 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 Willst du mal ein paar Rad mit springen? Es war irgendwie so ein Quertriff drin. Ich habe gemerkt, dass ich da oben mit beiden Rädern einfach zur Seite weg rutschte. Ich glaube das hat mir eben den Rest gegeben irgendwo hier. Irgendwas bin ich, irgendwo bin ich hängen geblieben, da bin ich quer runtergerutscht, guck.